21, da fing das Leben erst an. Und mein Vater? Ach nee, nicht schon wieder. Seitdem ich Mutter bin, traut mir keiner mehr was zu. Was ist das für eine trübe Veranstaltung hier? Hallo. 17 Läden, 16 Katastrophen. Fränkische Schweiz. Und Heilfasten. In sieben Tagen auf Größe Null, ich bin dabei. So ein stattliches Anwesen und nicht mal eine anständige Küche. Wie heißt denn, mit einer Henkers Mahlzeit? Also Gägerschnütze. Ja. Herzlich willkommen auf Frau Grabenfeld. Ja, nee, nee, ich hab noch nicht richtig mit Falk gesprochen. Ich muss ja erst mal sicher sein, ob er wirklich als Vater in Frage kommt. Das ist unser Hobbyfotograf Emmerich. Nicht bewegen, Herr. So, ja. Fasten ist die Grundlage für Happy Aging. Klingt wie ein vegetarischer Sex. Du musst deinen eigenen Verfallsprozess annehmen. Ist das ihr erstes Gestirn? Hunger. Amen. Wenn dieser Falk wirklich dein Vater ist, dann kriegen wir's raus. Faktier GäLER Untertitelung des ZDF, 2020